Ah, da haben wir ja noch ein paar Spärträger, ich dachte wir hätten keine mehr. Umso besser. Na gut, die sind gleich weg. Oder auch so. Das geht natürlich auch. Also wir haben sie auch schon vorher ein bisschen geschwächt gehabt. Aber... Jetzt ist es endgültig erstmal vorbei. Hoppala. So weit rutschen wollte ich nicht. So, nur noch diese Daten. Und dann produzieren wir ja schon hier oben, sehr gut. Code up jetzt. Sehr gut. So, geht mal zum Nazareth. Heilt euch erstmal und dann passt das schon. Und Soldaten-Nachschub kriegen wir immer mehr. Dafür noch drei Steine, die haben wir aber auch hier oben. Ähm, macht man noch ein paar Zeuge hier. Fünf Hammer, aber fünf Schaufeln. Die schicken wir auch noch mit rüber. Einer noch. So. Da hat die Schmiede ein bisschen zu tun. Und ja, wir kriegen hier ein bisschen Material nach oben. Brauchen wir halt dringend. So, das Schiff brauchen wir nicht mehr. Das waren die letzten Soldaten jetzt, die wir hier rüber geschifft haben. Ihr heilt euch erstmal und dann kriegen wir das schon irgendwie auf die Reihe. So, was sagt es hier? Oh, wir können wieder die Schwerter aufwerten wieder. Sehr gut. Kohle fließt auf jeden Fall ein bisschen besser jetzt. Brot haben wir mehr. Oh, wunderbar. Aber Träger sind alle zu wenig. Gucken wir mal, ob wir noch ein großes... Großes? Ne. Großes passt hier nicht hin. Also, würde wahrscheinlich hier hin passen, wenn die Bretter und die Steine weg werden. Eieieiei. Wo machen wir die hin? Drei davon, eins davon. Mal schauen, ob sie von da nehmen oder aus dem Lager. Also vom Sägewerk oder vom Steinmetz. Ich hoffe natürlich, die drei hier und das eine Brett wäre sehr viel besser. So, die haben hier anscheinend wieder eine Turmlinie gebaut. So geht das aber nicht. Freundchen. Wartet mal noch mal kurz. Wartet mal noch mal kurz. Da ist nochmal Zeit, dich zu heilen. Da ist der Gelbe. Da ist der Roter. Nein. Okay. So. Was bauen die denn da schon wieder hin? So, der ist geheilt. Sehr gut. Wo wollen wir noch den hier? Und der ist auch geheilt. Dann holen wir uns das Land jetzt wieder hier oben. So, was fehlt? Hammer. Hier fehlt der Hammer. Das ist der absolute Hammer. Gut, dass ich welche gemacht habe. Vorausschauend, wie ich bin. Das ist der Hammer. Ah, gut. Das Brett von hier wurde genommen. Okay. Dann werden die drei Steine vielleicht auch von da genommen. Ich komme schon mal durch den Turm hier. Dann könnt ihr das Wohnhaus hier vergessen. Helf doch mal den Druck da an. Ich könnte meinetwegen auch die Burg gleich einholen. So, hole den. Woll. Ich komme, der muss auch kaputt gehen. Geht doch. Helf mit hier. Greif die Asiaten an. Okay. Schwerkämpfer und Schwerkämpfer haben wir keine mehr. Die sind Flöten hier. Aber gut. Sollen sie noch ein bisschen da schwächen. Und dann passt das schon. Kommt schon. Ja, wunderbar. Da fehlt auch ein Hammer. Ja, haben wir ja gleich da. Wenn er das denn rüber schafft. Was ist das denn? Ah, da ist ein Hammer bei ihm. Und die hier nicht? Kommt schon. Ihr könnt raus da. Aus dem Gefahren wieder nicht. So. Du. kannst gleich nochmal zum Nazareth gehen. Du kannst nochmal ein paar Schaufeln machen. Äh, Hammer machen. Muss ja gucken ob ich da noch was rauskriege oder nicht, ne? Kohle ist da oben in den Schloß. Das wird euch die Kohle da. Äh, Waffenschmied. Hast die noch? Irgendwo hinfliegt. Da ja. Dann brauchen wir noch eine. Eine Schmelze wäre noch ganz gut vielleicht. Ja. Mache ich lieber eine Schmelze hier. So. 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 Eine Schmelze reicht anscheinend nicht mehr. Jetzt haben wir Kohle ohne Ende aber kein Eisenerz. Also kein Eisen. Eisenerz haben wir ja. Und Träger. Kommt schon. Du ein Soldaten sehen hier. So. Geht noch schön da hin. Auch noch. Und. Ah. 94%. Kommt. Muss doch schneller gehen hier. Was mit der Schmelze? Vier Steine fehlen da noch. Kommen jetzt. Okay. Sehr gut. So. Gar nicht erst aufhören mit angreifen. Am besten gleich weiter ziehen. Oh. Was ist mit dir? Da muss ich da auch heilen. Bringt Blase. Ach. Das war der wahrscheinlich wenn die Karten mit gegriffen hier. Da drüben. So. Jetzt müssen wir ja genug Minenarbeiter haben. Das machen wir. So. Greift mal da schnell an. Schmelze ist besser. Wir haben ja zwei Waffenschmieden hier. Und dann drüben auf der anderen Seite ist ja auch noch eine dann. Das sollte auf jeden Fall laufen. Wie sieht es hier oben aus? Ja. Wasser ist auf jeden Fall genug da. Fleisch auch. Getreide wird angesammelt. Hier warten wir nur noch bis es voll läuft alles. So. Hält mal mit hier. Ja. Wunderbar. Na ok. Die haben noch sehr viele Soldaten da auf jeden Fall. Eieieie. Die haben sehr sehr viele Soldaten. Ok. Rückzug. Taktischer Rückzug. Eine Säge fehlt. Ok. Dann werden wir da mal eine Säge rüber liefern. Oh der Bäcker ist jetzt voll mit Brot. Geil. So läuft das. So muss es sein. So passt hier. Da was die Wohnung sind. Da. Hier auch. So kommt mal alle hier hin. Heilt euch erstmal. 94% da fehlt immer noch. Was fehlt denn da? Getreide. Hat er doch eigentlich. Ein bisschen zwar nur. Aber nur hinten. Na gut. Wenn es von hier oben läuft dann läufts. Ja. Da kommen wir zwei Bündel an wenigstens. Irgendwie ne fördert nichts mehr. Na ja. 25% hat sie ja noch. Aber na gut. Machen wir die aus. Ehe. Da steh ich mich nicht produziert drauf noch. Na ja. Das würde ich jetzt eigentlich nicht machen. Verdammt. Das muss ich ja extra machen. Stimmt ja. Nein. Ne. Quatsch. Hier wird. So. Ähm. Ja. Ich habe ganz vergessen dass ich das extra machen muss. Ähm. Hier werden wir noch. Gold und Edelsteine rüberschiffen. Da fehlt immer noch der Hammer. Machen wir mal 8 drüber. Dann freuen sie sich. Oh ja. Kohle kommt. Sehr gut. Pyramide passt da hin. Ich hoffe die bauen jetzt da keinen Turm hin. Dass das alles abreißt. So die sind alle da halt. Sehr gut. Ich werde jetzt mal gucken ob ich hier. nicht dass die wirklich einen Turm hin bauen. Das wäre doch recht aussiegend. Also die bauen hier auf jeden Fall was hin. So jetzt haben wir hier eine Waffenschmiede. Und unten die beiden. Dann sollte das auf jeden Fall schneller gehen. Ah. Wasserwerk. Okay. Okay. Dann versuchen sie sich wieder ein bisschen aufzubauen hier. Versuchen ist gutes Wort dafür. So. Kohle haben wir ja. Sau viel hier. Äh. Eisenerzwerger. Ganz gut. Wenn ich da irgendwo was finden könnte. Wollen wir mal hier so eine Menge kicken. Der kann ja mal hier nach Eisen gucken. So sammelt euch mal da. 96. Und 98 Prozent hier. Na gut. Weil wir jetzt alles rüberschiffen müssen. Aber ist ja nicht schlimm. so. 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 das machen wir ja noch. So. So. Das machen wir ja noch. So. 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 Die Soldaten setze ich da hin. Und sehr gut. Göttliche Aufwertung. Und hier sind ja zum glück mal ein paar Steine immer da. So.